Natürlich, wenn man auszieht, man braucht was zum Kochen. Also auf jeden Fall Töpfe. Wenn man ein Läu ist, reicht oft zwei Töpfe. Eine größere für Nudeln, größere Sachen und eine kleinere, wo man Gemüse, Soße, einfach die kleinere Sachen drin macht. Und am Anfang reicht auch natürlich Edelstahl. Man braucht nicht, weiß Gott, wie das neueste Kochgeschirr. Und natürlich auch eine Pfanne, weil wenn man ein saftiges Steak oder so, was man machen will, braucht man auch eine Pfanne, auch für die Pfannekuchen. Ja, es gehört so einiges zur Grundausstattung des ersten eigenen Hausrats. Töpfe und Pfanne, okay, dazu gehören dann aber noch Kochlöffel, Pfannenwänder und, ja ganz wichtig, Untersetzer. Neben Dosenöffner und, Achtung, dem Sieb wird das häufig vergessen. Und ist das Essen gekocht, geht es ans Geschirr. Hier hat die Expertin einen Tipp. Was man auf jeden Fall immer machen kann, wo man auch immer richtig ist, immer sechs Gläser, sechs Tassen, sechs Teller. Das ist so die Grundausstattung. Weil wenn man mal spontan Besuch kriegt oder so, hat man einfach mehr, wenn man jetzt je zwei Sachen immer da hat. Weil da kommt mit weiter mit. Genau. Und das ist einfach die gute Grundlösung, immer sechs Stück. Auch bei Schüsseln gibt es Sets. Hier lautet die Empfehlung für den Anfang aber, eine mittlere Schüssel reicht. Dafür lieber noch in Mixer, Rührgerät und Wasserkocher investieren. Aber Vorsicht, nach dem Auszug nicht gleich übertreiben. Vor allem muss man sich immer vorstellen, wie viel Platz habe ich. Das muss man sich vor Augen halten. Weil oft, am Anfang sind es kleinere Küchen. Da kann ich weiß Gott wie große Schüssel, Töpfe oder sonstiges mit reinpacken. Wo man darauf achten kann, was ich auch kleiner machen kann. Ganz wichtig. Somit habe ich wieder ein bisschen mehr Platz und einfach nachdenke, brauche ich jetzt einen Brotkopf? Leute. Man muss halt so denken, was nutze ich wirklich? Weil im Endeffekt ist das eben seine Entscheidung. Kann man schwer sagen, was kaufe ich jetzt zu viel, was kaufe ich zu wenig? Es kommt immer auf die Person auch drauf an. Also besser klein anfangen beim ersten eigenen Hausrat. Okay, so klein, dann vielleicht auch wieder nicht.